Wintergemüse ist irgendwie unser, glaube ich, dass das für uns im Hofladen sehr gut dienlich sind und auch für uns selber. Und deshalb, genau, das haben wir schon länger zu Hause liegen und ja, dass das so weiter experimentieren. Genau, für euren Hofladen, um noch mehr Vielfalt reinzubringen, euren Gemüse. Genau, da haben wir, also die letzten Jahre schon öfter oder immer wieder probiert, Tomaten zu kreieren und das funktioniert sehr gut. Also wir haben wieder einmal geschaut, dass die Erde halt sehr aktiv wird mit unseren selbst kompostierten Erde. Einfach immer geschaut, dass wir gewisse, gewisse Neumasse reinbekommen. Da waren auch die Schweine drinnen. Na ja, kann ich Fotos zeigen, schön lässig. Und vor allem habe ich gemerkt, mit den Radieschen waren ein bisschen, ich sage einmal, ungeziefer Sachen und wenn die Schweine dann da reinkommen, Stroh ist nach wie vor, meistens Tage, dann wird das ja mal, ja, es schaut halt auch gleich, wie es ein kleiner Pompenträchter teilweise, aber es wird einfach umgraben und in den Hörgauert, dann gruppe ich drüber und begrade ich das Ganze wieder und nachher sehe ich es an, oder halt sehe ich es an, dann setze ich die Pflanzen rein. Also ich schaue eigentlich überall, wo irgendwas zu machen ist, dass die Schweine drauf können, weil sie sind safe, ich kann mit dem Elektrozaunen außen umzäunen und sie taugt es. Im Winter war sowieso, haben wir drinnen, das ist warm, also sie sind ums gelebt darin zu sein und damit schaffe ich immer eine Vorbereitung, wo ich sonst wieder händisch ziemlich viel investieren muss. Initial habt ihr das angefangen, weil ihr gutes Gemüse wolltet. Genau. Und dann ist es weiter gewachsen? Genau, also dieses Fohlenhaus ist eigentlich nur da, geil und da, weil wir für uns geschaut haben, ein kleines Gemüse zu haben für die Ernährung. Und ja, aber natürlich, wenn ich so viele Pflanzen wie drin habe, dann haben wir sehr schnell einmal Tomaten, aber es ist auch ausreichend, dass ich eigentlich auch für andere Leute was verkaufen kann. Und das ist immer unser Fokus gewesen, genau das zu machen, was wir selber brauchen. Und natürlich gibt es genug Freunde, Bekannte oder auch jetzt auch Kundschaften, die auch Wert darauf legen und sagen, cool, wenn du wieder was hast, dann sehe ich sie im Hofladen und dann nehme ich sie mit. Wohin soll es gehen? Mit dem Gemüse? Mit dem Gemüse, ja. Also ich sage einmal, ja, Winter ist immer ein Thema, Wintergemüse vielleicht zu machen, dass man sich selbst wieder mal selbst aufversorgt im Winter mit frischem Gemüse, was man einfach im Garten hinten holt. Und die Flächen sind da und auch das nötige Equipment, sage ich dazu. Und damit kann man sich immer wieder auch rettigen und sagen, ja, das darf dann auch mehr werden. Zweite Folientudel ist schon das Gestell. Genau. Und bin gespannt. Das ist wahrscheinlich, esst ihr alles? Ja, es sind Paprika inzwischen, das sind kunterbunt, also alles was man halt, da ist Koriander, glaube ich. Hier hast du noch Paprika inzwischen? Ich sehe, die kommen jetzt noch raus. Da hinten, der, was rauskommt, kommt raus, gell? Ja. Aber sie kommen, gell? Also sie geben Gas, sie wollen durch hinaus und höher werden, alles. Die bunte Mischkultur. Ja, cool. Hier unten noch ein Wirsing drin, hier die Gurken am Rand. Sauber. Die würde ich auch ernten, dann sammelt, weil sonst steckt sie da so viel Kraft rein. Und so macht sie tendenziell, gerade am Anfang, die auch. Weil, ne, du hast ja hier oben schon die nächste und dann steckt sie da die Kraft rein und so wird sie tendenziell triebiger. Die ist ja auch bewusst gepflanzt, oder? Natürlich, ja. Also die haben wir einfach, natürlich, wenn wir Gemüse pflanzen oder Sachen, wird es meistens immer universell eingesetzt. So mit, dass du auf einer Seite, sagen wir mal so, oft ist auch der Zufall, wo sie gut reinkommt, gell? Aber oft ist der Zufall auch der richtige Zufall, was an sich steht, gell? Und damit, also oft, ja, wie soll ich sagen, man macht oft nicht bewusst, aber im Endeffekt hat es seinen Sinn gehabt, bis man es so gemacht hat, ja. Und mit den Mischungen einfach rumprobieren, dann sieht man auch, aber der Kohl ist auch bombig. Das ist die Erde. Das ist die Erde. Was man ein Schweindl machen kann. Es ist die Erde. Es geht alles über den Boden. Also der Platz, wo wir jetzt da stehen, ist eigentlich ein gewachsener Boden noch. Und dort habe ich immer Probleme gehabt mit Feuchtigkeit. Feuchtigkeit vor, im Seiten von, ich sage, wir müssen da scheinbar eine obere, irische Lassen haben. Also nicht jetzt viel Wasser, aber immer wieder permanentes Wasser. Jetzt habe ich es seitlich mit dem Bagger vorbei geräumt und eine Drainage gelegt, also sprich wirklich einen Schotterkoffer vorbeigemacht. Trotzdem habe ich das Problem gehabt. Also jede Tomatepflanze, die das hier gesetzt ist, ist gelbgekort und ist abgesoffen. Auch mit Loch reinbohren und und und. Es hat nicht funktioniert. Und dann sind wir jetzt auch wirklich, die letzten zwei Jahre habe ich schon gemacht, das umgekehrt zu machen, eigentlich in die Höhe zu gehen mit der Erde. Und dann diese mit unserer Kompostererde aufzufüllen. Darunter ist ja der gewachsene Boden. Und siehe da, es explodiert. Also jetzt habe ich eigentlich genug Feuchtigkeit, die unten rauf kommt. Oben habe ich die gute Erde drauf. Und damit habe ich ernst geschaffen, dass ich den nassen Standort eigentlich effizient nutze. Weil die Tomaten würden hier sicher gelb sein. Also es würde nichts wachsen. Vielleicht, was du siehst, wenn es 20 Tomaten auf der ganzen Reihe ist viel. Drei Jahre habe ich das gemacht, das Problem. Immer wieder gehören. Immer wieder. Und irgendwann ist dann die Idee gekommen und jetzt schwer begeistert. Dass es so auch ausschauen kann. Sieht gut aus, ja. Da siehst du die Marillen auch. Das ist noch eine Kultur. Ich habe noch eine andere. Es ist einfach leider nicht möglich bei uns. Marillen? Nein. Ja. Sie sind jetzt da sieben Jahre alt und so hat es oben auch ausgeschaut. Noch viel blöder. Okay. Und deshalb, es geht. Manche Sachen gehen einfach nicht. Man kann es das noch so gerne wollen. Aber es hilft nichts. Also du musst dann halt einsehen, dass das halt für deinen Standort nicht geht. Fertig. Also musst du was anderes machen. Und hier kommt die nächste Weideform. Der Schweineherr. Ah, da baust du schon den Keller. Den Unterstand. Ja, genau. Schaut aus wie ein Keller. Richtig. Es kommt die Eberstation, weil sie unten ja weg kommt. Aber die Herren kommen zu mir rauf. Also du gefreist ja eigentlich über jede Obstplantage, die langsam ausfällt. Yes, noch mehr Schweine. Nein. Noch weniger Obst. Ich nicht ganz. Aber ich weiß einfach, es ist halt ein großer Bereich Obst herzustellen. Ich habe nach wie vor noch sieben Hektar Obst. Das heißt, es fängt von früher an, über die Spritzerei bis zur Ernte. Es ist halt ein Riesenpark und es hilft nichts, wenn ich hunderte von Großkisten drin habe. Und ich kriege nichts dafür. Und im Gegenteil… Direkt vom Markt kriegst du auch wieder zu viel, nicht? Viel zu viel. Bringst du auch nicht weg? Es geht auch zurück. Der Trend vom Obst geht zurück. Also nicht Obst in Form von Frischobst. Das heißt Erdbeeren, Pfirsich, Zwetschgen. Das wird immer gehen. Aber der Apfel für mich geht sicher zurück. Also der Bedarf von den Kunden geht zurück. Er kocht nicht mehr so früh. Es wird in der permanent Obststelle gemacht. Es wird keine Kompotte gemacht. Und und und. Es ist maximal eine Tafelware zum Essen. Aber das war's dann. Also ich glaube, dass der Trend eher in eine andere Richtung einschlägt. Dieser Apfelkonsum, der es einmal war, ist glaube ich nicht mehr da. Also. 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 Also.